1620 waren es die sogenannten Pilgerväter, die mit der Mayflower in die neue Welt segelten, aus religiösen Motiven. Sie waren nicht die ersten Siedler dort, doch ihre Geschichte ist wohl die berühmteste hinsichtlich der Auswandererschicksale. Über zwei Jahrhunderte später aber gab es jedoch eine große Auswanderungsbewegung gen Amerika, besonders auch aus Niedersachsen, die vorwiegend aus wirtschaftlichen Beweggründen resultierte. Als Anfang des 19. Jahrhunderts erstmals Seitenraddampfschiffe den Atlantik in weniger als 30 Tagen überqueren konnten, wurde der Passagiertransport billiger und somit für eine breite Menschenmasse attraktiv. Als erstes ausschließlich für Auswanderer eingesetzte Auswandererschiff wird die Indiana angesehen, die ab 1854 unter englischer Flagge fuhr. Der Hauptauswandererhafen bis Mitte des 19. Jahrhunderts war Le Havre in Frankreich, bis er von den deutschen Häfen Bremen bzw. Bremerhaven und Hamburg übertroffen wurde. Ungünstige innenpolitische Zustände regten die Immigration aus Deutschland an. Bis Mitte der 1880er Jahre war ein Gleichstand zwischen Segel- und Dampfauswandererschiffen erreicht. Und um 1900 befuhren, bis auf wenige Ausnahmen, nur noch Dampfschiffe die Auswandererlinien nach Nord- und Südamerika. Auf den Schiffen herrschte Enge. Teilweise ging es drunter und drüber. Der Platzbedarf für Kessel, Maschine und Kohlevorräte ging zum Teil zu Lasten der Auswandererunterkünfte. In den Jahrzehnten der Gründerzeit war New York klassischer Ankunftsort der Auswandererschiffe. Der erste Gang führte in das Einwandererbüro. Nur wenige Einwanderer blieben allerdings in der Hafenstadt. Mehrheitlich zogen die meisten gen Westen um, wo auch immer zu siedeln. Die niederdeutschen Siedler gründeten Orte mit deutschem Sprachbezug wie Hanover oder auch Oldenburg. Weit über 200 solcher späterer Städte entstanden im Laufe des 19. Jahrhunderts. Brauchtum der niedersächsischen Heimat, selbst das Plattdeutsch, wurde fortan gepflegt. Die Wildwestromantik ist jedoch eher eine Erfindung der Traumfabriken Hollywoods. Denn der lange Weg in die Freiheit war kein Zuckerschlecken. Die Schiffspassage bedeutete Strapazen und Entbehrungen auf engstem Raum. Eine zeitgenössische Quelle aus den 1870ern schildert die Zustände an Bord der Auswandererschiffe. Die Auswanderungsschiffe gehören der besten Klasse der Kauffahrer an und sind meistens Zweidecker, aber mit möglichster Rücksicht auf Raumgewinnung gebaut. Das Zwischendeck, der Wohnungsraum für die Reisenden, bietet ein buntes Bild. Ein Haufen übereinander geschichteter Kisten und Koffer nimmt die Mitte ein und lässt nur Raum für schmale Gänge, neben welchen sich in zwei Etagen die von hohen Brettern zusammengezimmerten Schlafstätten, in Klammern Kojen, erheben. Diese Kojen, in denen in der Regel je vier und vier Passagiere beisammen liegen, sind Schlafkammer, Empfangszimmer, Speisesaal, Ankleidegemach und für den, der es bedarf, Studierstube. Eben alles in allem. Die übrige Einrichtung ist ebenso einfach. Strohsäcke und Decken bilden die Flur der schwimmenden Herberge. Das Deck mit Deckknien und Deckbalken, an welchen blecherne Speisegeschüre einträchtigt, neben Gefäßen zu ganz anderen Zwecken, Waschbecken, neben Hutschachteln und wohlgeschmierten Stiefeln, neben Mettwürsten und Butterdosen hängen, gibt die Decke ab. Die Truhen und Kassen unten werden als Tische und Stühle benutzt und jeder platziert und beschäftigt sich nach Gutdünken oder Laune. Erst in den 1870ern und 1880er Jahren setzten sich allgemeine Verbesserungen durch. So wurde für den Bau und die Einrichtung von Auswanderungsschiffen, Verordnungen und Gesetze erlassen, die den Raumbedarf je Passagier, die Schlafplätze, Ventilation, Beleuchtung, sanitäre Einrichtung, Verpflegung, medizinische Betreuung, Rettungsausrüstung, in Klammern Schwimmwesten etc. und die wasserdichte Unterteilung der Schiffe vorschrieben. 1848 Aufbruch in die Neue Welt Auch aus der Region Hildesheim siedelten recht früh etliche Familien in die USA um, machten sich auf die beschwerliche Reise in eine vielversprechende neue Zukunft jenseits des Atlantiks. Ein Auswandererbrief aus dem Revolutionsjahr 1848 schildert uns lebhaft die Umstände der Fahrt, den Namen und die Hildesheimer Herkunftsorte der späteren Amerikaner. Unsere Reise ist nicht so geschwind fortgegangen, als wir es wünschten. Den 4. November fuhren wir ab mit dem englischen Schiffe Joan Campbell, welches lang war, 150 Fuß, breit 30 Fuß. Die drei Mastbäume aber waren höher als der Kirchturm zur Garmissen. Den 5. November hatten wir gleich Sturm, der dauerte vier Tage, da kriegten viele die Seekrankheit. Ich aber war gar nicht krank, mein Bruder Konrad aber nur ein paar Tage. Vier Kinder von unserem Schiff sind gestorben und vier wurden geboren. Den 10. November kamen wir in den englischen Kanal. Da sahen wir die Dampfwagen in den englischen Städten Allentheim fahren und es nachts wohl an 40 Leuchter in einer Reihe, welches die Gassenbeleuchtung war. Den 17. November kamen wir durch den englischen Kanal in die offene See. Okay, aber alles war Salzwasser und hatte eine dunkelgrüne Farbe. Am 19. November fing der Kapitän einen Schweinsfisch, welcher 500 Pfund wog, wovon alle Passagiere 208 Mann was kriegten. Von dieser Sorte Fisch sahen wir Tausende. Einen großen Haifisch sahen wir auch, dessen Pfunde wir nicht beschreiben können. Dazu haben wir noch viele fliegende Fische gesehen. Wärme hatten wir da immer, wie bei euch im Sommer. Den 15. Dezember kamen wir über die große See, dass wir wieder Inseln sahen. Den 25. Dezember in der Christnacht hatten wir ein starkes Gewitter. Am 1. Januar war die Freude groß. Da kamen wir an den Fluss Mississippi, wo uns ein Dampfschiff abholte. Das Dampfschiff zog drei Segelschiffe. Da sahen wir an beiden Seiten auf dem Lande die schwarzen Neger. Da waren die Häuser mit Brettern aufgebaut, weil es da gar nicht kalt wird. Da hatten sie von allen Sorten Vieh. Den 4. Januar kamen wir in New Orleans glücklich an. Nun haben wir gefahren acht Wochen und fünf Tage. Konrad Mier und Behrendt Bartels, die anderen sind auf ein Bremer Schiff Agnes gekommen. Johann Warmbold, August Brandes, Louis Sundermeyer und Sophie Könnecker. Die haben gefahren zwölf Wochen und drei Tage. Die haben die ersten sieben Wochen immer Sturm gehabt, da sie zu weit in den Norden gekommen sind, halb hin nach Grönland, wo die Tage sieben Stunden hatten und sie so viel Kälte ausgestanden haben, als wir nicht gehabt haben. Hoher Schnee hätte auf dem Verdeck gelegen. Wie nun die sieben Wochen um gewesen sind, da haben sie England erst gesehen von der linken Seite. Sie sind durch den englischen Kanal nicht gekommen. Wir sind hier noch alle in Orleans. Bloß Sundermeyer und Brandes sind gleich fortgemacht. Wir gehen hier in Tagelohn, wollen noch ein paar Wochen bleiben, wie viele sagen. Der Fluss wäre oben zugefroren. Ackerbau ist hier wenig, Waldung aber viel. Die Lebensmittel kommen in großen Mengen von oben aus dem Lande von St. Louis. Heinrich Hennies, Fleisch isst man am Tag dreimal. Sirup und Zucker fließen hier auf den Straßen, wo es ausgeladen wird. Baumwolle liegt ebenso auf den Straßen herum. Das Holz hat man umsonst. Bartels hat seine beiden Söhne den zweiten Tag munter und gesund angetroffen. Heinrich Hennies aus Garmessen hat sich freiwillig annehmen lassen unter die Mexikaner-Soldaten. Wenn er nun zwei Jahre gedient hat, so bekommt er 160 Hektar Ackerland. Die kann er nehmen, wo er will. Die Stadt ist sieben Meilen lang. Zwei Eisenbahnen gehen da durch. Eine mit Pferden, die andere mit Lokomotive. Kaspar Krüger mit Frau und Konrad Bode sind noch da. Schneider Bode aus Ödelum ist tot. Der Schmied Wilkening aus Ödelum verdient den Monat 25 Dollar in Orleans. Konrad Peters aus Schellerten ist auch da in Orleans. Die Brüder Eickmann sind in St. Louis. Meister Finke und Konrad Warmbold aus Arstedt wären auch da. Und Heinrich Wächter aus Arstedt ist in St. Louis. Meister Bartels aus Schellerten, ich lasse euch grüßen, dass euer Sohn wirklich tot ist. Bartolt Steckler aus Bettrum fährt in Orleans mit einem Pferde, das sein Eigen ist. Liebe Schwester, nochmals muss ich schreiben, dass es uns sehr leid tut, dass du nicht mitgereist bist. Denn du könntest das Reisegeld in einem Jahr zweimal verdienen. Aber wer kommen will, der lasse kleine Kisten machen, denn die großen sind gar zu beschwerlich zu transportieren. Zu viel Zeug bringt nicht mit, denn es ist hier gar nicht teuer und nicht nach der Mode, was man mitbringt. Dann sagen sie, die grünen Deutschen, wenn ihr Geld mitbringt, so bringt hannoverische Pistolen mit. Das steht hier zu 3,80 Dollar die Pistole. Wechselt das Geld nicht in Bremen. Da werdet ihr zu leicht betrogen. Sondern in der Amerikaner Bank. Lieber Wilhelm Schrader, wenn du die englische Sprache kannst, so kannst du das Jahr wohl 200 bis 300 Taler verdienen mit Rechnen und Schreiben. Liebe Freunde, ich muss schließen, weil das Papierchen zu klein wird. Nun bitte ich euch, grüßt alle Freunde und Bekannte von denen, die mit uns weggereist sind und lasst sie das Brieflein lesen, damit sie wissen, wie wir uns noch alle befinden. Was wir geschrieben haben, das kann sich an jeder nachrichten. Wir haben nur einen Brief geschrieben, um die Kosten zu sparen. Auch aus dem Raum hohen Hameln zog es schon recht früh einige Glücksritter gen Westen. Besonders in den Unruhejahren des sogenannten Vormärz. Eine genaue Quelle zu diesem Thema stellt ein texanisches Buch aus dem Jahr 1966 dar, welches die deutschen Texas-Emigranten der Jahre 1844 bis 1847 beschreibt. Der poetische Titel lautet übersetzt, ein neues Land winkte. Die Statistik im Anhang gibt neben dem vollständigen Namen den deutschen Heimatort der Einwanderer an. Teilweise auch das Alter, die Zahl der mitgereisten Familienmitglieder und häufig sogar den Namen des Schiffes, mit dem man eingereist war. Etliche Einwanderer verstarben bereits in der kurzen Zeitspanne von gut drei Jahren. In nur einem von 100 Fällen lautet ein banaler Querverweis von Indianern getötet. Die schon erwähnten wirtschaftlichen Beweggründe zur Auswanderung sind bekannt. Die starke Ballung in einigen Gegenden wirft jedoch Fragen auf, lässt auf Abwerben, Absprache und Organisation schließen. Mag sein, man hockte damals in den Dorfgaststätten zusammen und schmiedete diesbezüglich Pläne, hatte eventuell auch Briefkontakte zu vorangegangenen Texas-Pionieren, wie wir sahen. Die kurze Liste der Texas-Auswanderer mit Hohenhameln-Bezug lautet Funk Wilhelm von Hohenhameln, Einreise 1846 mit der Anna über Bremen Müller Friedrich von Hohenhameln, Einreise 1846 mit der Anna über Bremen Müllius Dr. Adolf von Hohenhameln, Eingereist 1845 mit der Anna über Antwerpen Plas Milos Friedling von Sonnenberg, Eingereist 1845 mit der Anna über Antwerpen Pape Christian von Sossmar, Eingereist 1845 mit der Gerhard Herrmann über Bremen Die naturkundliche Chronik Nordwestdeutschlands vermerkt noch mit patriotischem Unterton für das Jahr 1923. Nachkriegsnot bedingt starke Auswanderungswelle vor allem nach den USA. Die historische Statistik spricht allerdings eine etwas andere Sprache. Die historische Statistik spricht mit der Anrufe, die sich nachweighenden bevachten und die historische Statistik spricht mit der Anrufe, die sich nach modernischer Ebene von Sossmar, Eingereist 4044 mit dem wir in Deutschland sehen. Die hauble, die dünne Menü – 4044 mit der Anrufe, die die von der Diederlage, die sich nach der Anrufe, in der Anrufe. Die Finger, das die Einreise, die die medienste